Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes. Mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video eingeschaltet habt. Hinter mir seht ihr super viele Trainer Toolkits aus 2022. Insgesamt sind das 150 Boxen, die ich in den letzten Wochen für ein Investment eingekauft habe. Diese Trainer Toolkits nehmen natürlich super viel Platz weg im Vergleich zu dem Inhalt, den sie euch liefern. Denn diese Trainer Toolkits haben eigentlich nur vier Dinge, die interessant sind und das sind die vier Booster, die sich in diesem Produkt befinden. Wir haben einen Brilliant Stars Booster, wir haben zwei Astral Radiance Booster und wir haben einen Evolving Skies Booster. Was ich also mit diesen Trainer Toolkits vorhabe, möchte ich euch heute gerne hier in diesem Video zeigen und mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Über meine Erfahrungen der letzten Jahre, in denen ich halt sehr stark bei diesem Thema Pokémon Investment unterwegs gewesen bin. Und ja nochmal ein, zwei Dinge zum Investieren an die Hand geben, die meiner Meinung nach super wichtig sind, um sich selbst keine Türen zu schließen und um keine guten Renditen irgendwie auch zu verpassen. Von daher freut euch hoffentlich auf ein cooles Video, ja mit mal einer anderen Perspektive, einer anderen Strategie, die meiner Meinung nach nicht nur für Händler gilt, sondern auch für Privatpersonen gehen kann, wenn man es denn nicht in dem Ausmaß übertreibt. Von daher lasst uns doch mal direkt starten mit ein paar Beispielen aus meiner Vergangenheit, die euch mal zeigen sollen, wie lukrativ diese Strategie sein kann. Schaut euch mal diese wunderschönen Evolution Booster an. Auf Deutsch, diese Evolution Booster konnte ich vor einigen Jahren im Durchschnittspreis von 3 Euro für ein Investment beiseite legen. Das ist heftig für all diejenigen, die wissen, wie viel diese Booster aktuell kosten. Für die, die es nicht wissen, den zeige ich es gleich sofort. Wie ich an diese Booster gekommen bin, da nehme ich euch einmal mit auf Cardmarket. Diese Booster habe ich vor einigen Jahren aus diesem Sammelkoffer aus 2018 entnommen. Ich habe mir also zig von diesen Sammelkoffern gekauft, ähnlich wie diese Trainer Toolkits, die ihr bei mir im Hintergrund seht. Habe diese geöffnet, habe mich von den Dingen getrennt, die ich nicht brauchte und bin dann auf einen Durchschnittspreis von 3 Euro pro Evolution Booster auf Deutsch gekommen. Das ist ein wahnsinniger Preis, ja. Und auch dieser Sammelkoffer ist im Preis gestiegen. Man hätte ihn also auch durchaus, ja, sealed lassen können. Aber ihr könnt es euch vorstellen, worauf ich hinaus will. Wenn ich, ja, 48 von diesen Sammelkoffer einkaufe, dann brauche ich extrem viel Platz. Wenn ich allerdings 48 Evolution Booster beiseite legen möchte, dann ist das ganz, ganz komprimiert möglich. Und deswegen finde ich diese Idee so cool, coole Produkte zu finden, ja, wo man sich Dinge daraus entnehmen kann, die man ganz gezielt haben möchte, wie jetzt hier das Evolution Booster, ja, um halt langfristig davon zu profitieren. Diese Strategie gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich dann, wie gesagt, nur die Dinge bei mir behalte, die ich wirklich haben möchte und mich von den Dingen trennen kann, die ich halt nicht, ja, in meinem Bestand besitzen möchte. Schaut mal diese Evolution Booster auf Deutsch. Ich habe euch mal englische und deutsche Preise mitgebracht. Wenn wir mal auf die deutschen Preise blicken und mal uns anschauen, wann fangen denn die Boosterpreise an von Personen, die halt mehr Booster zur Verfügung haben, sehen wir, dass diese Booster auf Deutsch mittlerweile 40 Euro kosten. Und das müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe damals ein Produkt gekauft, habe Booster entnommen, habe mir dieses eine Booster aus diesem Produkt bei mir in die Sammlung gelegt, ja, dieses Booster hat mich im Durchschnitt 3 Euro gekostet und dieses Booster kostet ein paar Jahre später 40 Euro im Einkauf. Das ist eine sensationelle Rendite mit einem Produkt, ja, welches ganz, ganz wenig Platz in Anspruch nimmt und welches ich, ja, jederzeit verkaufen kann. Denn Booster, und das mag man halt oftmals nicht meinen, sind mit die liquidesten Produkte, die wir bei Pokémon, beim Investieren in Pokémon Produkte haben. Schaut doch mal, fast täglich werden Booster Packs auf Card Market verkauft. Viele Menschen stellen sich gar nicht die Frage, ob die Booster gewogen sind, ob sie nicht ungewogen sind, ja, sie kaufen die Booster aus unterschiedlichen Gründen. Die einen sammeln Artwork-Sets, die anderen wollen sie aufmachen, ja, die anderen haben sie einfach gerne bei sich im Besitz, legen sie weg für ein Investment. Es gibt diverse Gründe und einen Punkt will ich euch heute mal an die Hand bringen, der super wichtig ist, ja. Ich mache zig Jahre bereits Vertrieb und eine Sache, die ich draußen im Vertrieb immer wieder predige, ist nicht für den Kunden zu denken. Seine eigene Landkarte nicht über die des Kundens zu legen. Das bedeutet, nur weil ihr da draußen vielleicht niemals lose Booster kaufen würdet und nur weil ihr glaubt, dass es unsicher ist, lose Booster einzukaufen, weil sie abgewogen sind, ja, heißt das nicht, dass die ganze Menschheit so denkt. Wir haben so viele Menschen auf dieser Welt und jeder Mensch denkt anders und jeder Mensch hat andere Kaufmotive, andere Kaufgründe, ja. Und das, was ich euch heute einfach mal sagen will, ist, viele verbauen sich ganz viele Chancen mit dem eigenen Denken, ja, weil sie glauben, dass Booster, ja, niemals gekauft werden, wenn sie lose sind. Oder, äh, dass Booster niemals gekauft werden, weil sie abgewogen sein können. Das kann sein, ja, das kann aber auch nicht sein und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die anders denken und das ist die große Chance bei Pokémon, ja. Ich persönlich habe schon meine Erfahrungen gemacht, ich habe meine positiven Erfahrungswerte, weiß, dass auch teure Booster gekauft werden, ja, sowohl von Händlern als auch von Privatpersonen und dass man sich bei diesem Aspekt halt relativ wenig Sorgen machen müsste. Klar gibt es mit dem einen oder anderen mal Diskussionen, ja, klar bekommt man auch mal die Frage gestellt, aber wenn man für sich sauber beantworten kann, dass diese Booster nicht abgewogen sind, dass diese Booster nur aus einem Produkt entnommen wurden, um sich diese Dinge dann halt beiseite zu legen, dann ist die Chance sehr hoch, dass man einen Käufer findet. Wie gesagt, weil halt nicht jeder so denkt. Ich verstehe jeden, der halt so denkt, der Skepsis hat, ja, aber manchmal muss man sich auch von seinen eigenen Gedanken lösen. Ähm, einfach mal akzeptieren, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Individuen auf dieser Welt gibt und einfach jeder anders denkt und die Chance auf Verkauf immer da ist, auch wenn ich persönlich, ja, negativ dazu stehe. Schaut euch nun mal diese Evolutions Booster auf Englisch an. Auch diese wunderschönen Booster konnte ich in einem Durchschnittspreis von 3 Euro für mich vor einigen Jahren beiseite legen. Aus welchem Produkt, die ich die entnommen habe, zeige ich euch nun. Und zwar aus der Galarian Surferged V-Box. Diese Box wurde einem vor einigen Jahren, ja, für 15, 16, 17, 18 Euro überall hinterher geschmissen. Man mag es gar nicht glauben, denn diese Box kostet aktuell auf Englisch, ja, und ich rede über englische Produkte, 47,90 Euro. Also, klar, man hätte sich auch diese Box beiseite legen können, um dann halt auch finanziell von der Wertsteigerung zu profitieren. Wir sehen, diese Kollektionsbox wird regelmäßig zu diesem Preis verkauft. Ihr wisst es, wer meinen Channel guckt, ich feiere Kollektionsboxen extrem, weil sie einfach, wie gesagt, von vielen Menschen nicht beiseite gelegt werden, wenn somit irgendwann nur noch in geringen Stückzahlen vorhanden sind und dann dementsprechend gute Preise erzielt werden. Nichtsdestotrotz kann man diese Boxen auch öffnen. Man kann sich von den Dingen, die in der Box sind, trennen, um dann nur das zu behalten, was man möchte. Ähnlich bei dieser Box habe ich es vor einigen Jahren getan. Ich habe die Booster abgegeben, ich habe die Promokarten, die Jumbo-Promokarte abgegeben und habe dann die Evolutions Booster bei mir in der Sammlung belassen. Und die Evolutions Booster kosten aktuell, ihr seht es hier, 23 bis 25 Euro aufwärts. Also auch das hat sich gelohnt. Bei einem Produkt, welches ich für 3 Euro beiseite gelegt habe, habe ich jetzt eine richtig, richtig starke Rendite und habe mein Geld vervielfacht, ohne dass ich, wie gesagt, die Boxen beiseite gelegt habe, ohne dass ich extrem viel Platz dafür benötige. All das, was ich euch hier gerade gezeigt habe, passt wunderbar in eine kleine Sammelbox. Von daher bleibe ich ja auch bei meinem Vorgehen, weil ich einfach positive Erfahrungen gemacht habe und weil ich einfach in der Vergangenheit gesehen habe, dass sich solche Dinge sehr gut entwickeln können und vor allem auch gut verkauft werden können. Ich wiederhole es nochmal, Booster gehören zu den liquidesten Mitteln bei Pokémon. Sie werden fast täglich verkauft und von Kunden eingekauft. Von daher bleibe ich hier weiter optimistisch, unabhängig davon, was ich selbst denke und unabhängig davon, ob ich selbst lose Booster einkaufen würde oder nicht. Lasst uns dann mal jetzt auf die Trainer Toolkits aus 2022 blicken. Hier möchte ich euch gerne einmal näher bringen, was ich denn vorhabe und was ich mir insbesondere davon in der Zukunft erhoffe. Hier sind wir nun auch schon bei den Trainer Toolkits und das, was ich euch heute in diesem Video sage, bezieht sich nicht nur auf Trainer Toolkits. Ihr könnt natürlich auch Ausschau halten, wo es noch günstige Boxen mit coolen Boostern in dieser Box gibt. Davon gibt es noch zig viele. Ich habe euch einige schon auf meinem Channel gezeigt. Ich erinnere mal gerne an die Glaceon und Lithium Vista Premium Collections. Ich erinnere gerne auch nochmal an die Bolt und V-Box, an viele andere Kollektionsboxen, die man so kaufen kann, um noch günstig an Booster heranzukommen. Aber auch das Trainer Toolkit ist eine coole Möglichkeit auf Englisch. Ich habe viele von diesen Toolkits für 15,40 Euro eingekauft. Einige jetzt auch vor kurzer Zeit nochmal für 17,85 Euro. Auch Boxes Investoren hatten nochmal die Möglichkeit für 17,85 Euro einzukaufen, um einfach hier nochmal deutlich günstiger als diese 20 Euro auf Card Market dranzukommen. Wenn wir jetzt also mal davon ausgehen, dass ich einen Durchschnittspreis von 16 Euro für diese Box persönlich bezahlt habe und wir hier vier Booster mit inbegriffen haben, habe ich jetzt eigentlich pro Booster vier Euro bezahlt und bin mir sicher und kann mir halt sicher sein, dass diese Booster nicht abgewogen sind. Das ist mir persönlich immer wichtig als Händler, damit ich irgendwann halt auch diese Booster ganz entspannt und ohne Bedenken wieder verkaufen kann. Ich habe also für einen Astral Radiance Booster vier Euro bezahlt. Zwei davon sind drin, für einen Brilliant Stars Booster vier Euro und für einen Evolving Skies Booster vier Euro. Das Schöne an dieser Box ist, dass wir noch so ein paar Dinge drin haben, die auch ihren Wert haben und wenn ich diese verkaufe, ich meinen Boosterpreis nochmal reduzieren kann. Lasst uns mal einen Blick drauf werfen. Doch bevor wir darauf einen Blick werfen, werfen wir erstmal einen Blick darauf, wie viel diese Booster aktuell wert sind. Alleine das Evolving Skies Booster kostet ja 8,50 Euro aufwärts auf Card Market. Das Brilliant Stars Booster kostet 4 Euro aufwärts auf Card Market und das Astral Radiance Booster ein bisschen günstiger, 3 Euro aufwärts auf Card Market. Obwohl ich überzeugt davon bin, dass ich dieses Booster für 4 Euro definitiv, ja zumindest auch als Händler loswerde, was ja immer noch ein günstiger Preis ist, wenn ich es irgendwo local oder auf einer Messe verkaufen würde, im Vergleich zu Preisen bei Smith Stoys oder wo auch immer. Bei diesem Produkt haben wir aber noch viele andere coole Dinge dabei, wie zum Beispiel diese speziellen Sleeves. In jedem Trainer Toolkit gibt es immer Sleeves, die zu diesem Produkt passen. Diese Sleeves gehen so für 1,50 Euro aufwärts weg. Also ich könnte diese Sleeves definitiv für 1 Euro verkaufen und würde damit dann nochmal, wie gesagt, meinen Durchschnittsboosterpreis aus diesem Produkt reduzieren. Ganz witzig, auch die Trainer Toolkits Live Code Karten könnte man für ca. 50 Cent bis 1 Euro verkaufen. Also auch hier könnte man nochmal den Durchschnittspreis seiner Booster reduzieren. Von daher, meiner Meinung nach, ein sehr spannendes Produkt, wo man nochmal, und das ist ja mein Ziel, super günstig an Evolving Skies Booster drankommen kann. Alleine wenn ich nur diese 4 Booster nehme, habe ich einen Evolving Skies Booster für 4 Euro bekommen, obwohl es jetzt schon fast 9 Euro kostet. Und wenn ich noch weitere Dinge aus dem Produkt verkaufe, kann ich vielleicht meinen Boosterpreis noch auf 3,50 oder 3 Euro reduzieren. Und das ist doch am Ende eine geile Geschichte, wenn man doch jetzt schon weiß, dass Evolving Skies das beste Schwert- und Schildprodukt ist, wenn man jetzt sieht, wie teuer das Display ist, dann nochmal eine Möglichkeit zu haben, sehr, sehr günstig an Evolving Skies Booster zu kommen. Man könnte aber auch das Trainer Toolkit sealed lassen, denn Trainer Toolkits aus der Vergangenheit zeigen, wie gut sich diese Produkte denn auch entwickeln können. Das Toolkit aus 2020 kostet mittlerweile 40 Euro und auch dieses Toolkit hättet ihr für 15 bis 20 Euro einkaufen können. Wie gesagt, es ist jetzt definitiv nicht mein bevorzugtes Investment. Da gibt es viele andere coole Produkte. Aber zum Aufmachen, wenn man wirklich nur ein Booster aus dieser Box haben möchte, um vielleicht mehrere davon beiseite zu legen, nochmal günstig dran zu kommen, ist es definitiv eine sehr coole Möglichkeit. Aber wie gesagt, auch sealed wäre es hier möglich, eine gute Rendite zu erzielen. Man muss aber bedenken, dass man für vier Booster halt sehr viel Platz weggenommen bekommt. Und ja, irgendwann schaust du halt extrem auf den Platz, weil man hat nur begrenzte Lagermöglichkeiten und diese Lagermöglichkeiten möchte man halt so optimal wie möglich nutzen. Das war es dann mit dem heutigen Video. Mein Blick auf die Trainer Toolkits aus 2022. Ich habe mir diese Produkte eingekauft, um sie aufzumachen, um die Booster zu entnehmen und mich dann von einem Teil der Booster zu trennen, insbesondere der Brilliant Stars und der Astral Radiance Booster. Mein Ziel ist es also, die Evolving Skies Booster so günstig wie möglich für ein Investment beiseite zu legen. Ich glaube fest daran, und wir sehen es bei Card Market tagtäglich, dass Booster eingekauft werden, nicht nur von Händlern, sondern auch von Privatpersonen. Ich möchte es nochmal wiederholen. Ich habe es im Video gerade schon mal gesagt. Wichtig ist es, sich selbst nicht einzuschränken und seine eigene Meinung und seine eigene Perspektive nicht auf alle anderen Menschen auf dieser Welt zu übertragen. Werft eure Landkarte nicht auf die eures Kunden. Nur weil ihr glaubt, dass Booster abgewogen sein können und nur weil ihr niemals lose Booster kaufen würdet, bedeutet das nicht, dass alle anderen Menschen auf der Welt das genauso sehen und das genauso nicht tun. Es gibt immer Menschen, und wir sehen es anhand der täglichen Verkäufe auf Card Market, die einfach lose Booster kaufen. A, weil sie vielleicht sich diese teuren Sealed Produkte nicht leisten können. B, weil sie es einfach vielleicht nicht besser wissen. C, weil sie vielleicht nur ein, zwei Packs aufmachen wollen. Und D, weil sie einfach Spaß haben am Aufmachen. Und deswegen sind Booster auch so eine coole Möglichkeit, um sich etwas Platzsparendes beiseite zu legen und irgendwann davon langfristig zu profitieren. Ich habe meine Erfahrungen in den vergangenen Jahren bereits gemacht, dass das funktioniert. Dass es immer Käufer gibt, auch zu losen einzelnen Boostern. Auch wenn es viel Skepsis bei uns in unserer Bubble zu diesem Thema gibt. Aber wie gesagt, nicht jeder Mensch denkt so. Und das ist, finde ich, das, was man sehen sollte. Und dieser Chance sollte man sich bewusst sein. Ich kann jeden verstehen, der das trotzdem nicht macht. Es hat auch was mit Aufwand zu tun. Es ist auch ein gewisses Risiko mit dabei. Aber die Chancen, wie gesagt, in einem ganz begrenzten Platz, weil es ist halt super komprimiert, in Booster zu investieren und dann halt davon zu profitieren, ist meiner Meinung nach sehr, sehr hoch. Nicht nur für Händler, sondern auch für Privatpersonen. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Macht das Sinn aus der Perspektive, die ich euch heute in dem Video näher gebracht habe? Oder sagt ihr, das macht überhaupt keinen Sinn? Wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der anders denkt. Ja, aber hier nochmal mein Hinweis. Nur weil ihr so denkt, heißt es nicht, dass die ganze Welt so denkt. Und das ist, glaube ich, nochmal der Hinweis, den ich in diesem Video näher bringen möchte. Das könnte man auch auf ganz viele andere Produkte beziehen. Wie zum Beispiel auf japanische One Piece Displays. Aber dazu folgt nochmal ein Video am Sonntag. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, damit ihr keinen weiteren Content mehr verpasst und damit dieser Channel weiter wächst und viele weitere noch in unsere Community kommen und auf diese Videos aufmerksam werden. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Sage bis bald. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020